Wie kann man als Mod auf Twitch eine Umfrage machen? Einige Benutzer möchten möglicherweise eine Umfrage zwischen ihren Zuschauern und den Kontakten durchführen, die sie beim Streamen auf Twitch ansehen. Benutzer tun dies normalerweise, um das Publikum anzuziehen und das Publikum bei sich und im Fluss des Streams zu halten. Dazu müssen sie Zugriff auf einen Computer haben, mit einem Telefon ist dies praktisch unmöglich. Gehen Sie zur Twitch-Website und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Klicken Sie nun auf diese Option. Geben Sie diesen Abschnitt ein. Klicken Sie nun auf diese Option. Hier gehen wir davon aus, dass Sie einen Live- oder Stream abhalten und dies auch tun. Geben Sie den Umfrage-Hashtag in den Kommentarbereich ein und klicken Sie dann auf die Option zum Senden. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie kontinuierlich auf Twitch streamen. Diese Funktion ist bei mir nicht aktiviert. Aber wenn Sie diese Option eingeben, wird ein solches Bild für Sie geöffnet. Hier können Sie Ihre Frage zu dieser Umfrage schreiben. In diesem Abschnitt können Sie seine Optionen festlegen. In diesem Abschnitt können Sie bestimmen, wie viele Stimmen jeder Benutzer abgeben kann. Hier können Sie auch die Dauer bestimmen, also die Zeitdauer, auf die die Kontakte reagieren können. Klicken Sie dann auf die Startoption. Sie können ganz einfach eine Umfrage auf der Chatseite durchführen. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.